Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich habe euch eine schöne Beispielpartienfragment mitgebracht zu dieser Thematik hier, nämlich dem Abtausch. Abtauschprobleme, Stellung vereinfachen, wann tauschen wir, welche Figur tauschen wir, welche tauschen wir nicht und so weiter. Dazu habe ich euch nochmal Erinnerungsschützen vorbereitet. Die schauen wir uns an und dann werden wir auch hoffentlich nachvollziehen können, warum der Weiße die eine oder andere Figur getauscht oder die eine oder andere eben auch nicht getauscht hat. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du wieder dabei bist. Dieses Fragment stammt aus der Partie Surtin gegen Scherepkov, Minsk, 19.62. Okay, wir haben hier eine Stellung. Schauen wir mal. Beide Könige stehen, ja, beide sicher. Material ist auch gleich. Die Figuren selber, alle Figuren stehen von Schwarz auf soliden Feldern und von Weiß, ja, aber auch. Alle Figuren spielen mit, keine richtig schlecht stehende Figur, alles wunderbar. Es gibt nur eine offene Linie, nämlich die C-Linie, da stehen beide drauf. Also im Grunde nichts Weltbewegendes passiert und deswegen könnte man vermuten, die Stellung ist ausgeglichen. Und absolut, der Computer sagt 0-0, ja, komplett. Aber Ausgleich heißt ja nicht Remis. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie machen wir Fortschritte? Und da stellen wir erstmal fest, Schwarz hat das Läuferpaar. Okay, das könnten wir vielleicht eliminieren, aber welche Figur tauschen wir und so weiter, ja? Tauschen wir jetzt den Springer hier gegen den Läufer oder wie oder was? Und da habe ich euch jetzt erstmal kleine Erinnerungsschützen mitgebracht. Zunächst einmal, wann ist der Tausch für uns nützlich? Wenn wir starke Figuren oder Bauern des Gegners beseitigen können. Wenn wir die Damen tauschen, wenn unser eigener König in Gefahr ist. Wenn wir allgemeinen Materialvorteil haben, dann wollen wir Figuren tauschen. Oder, ja, wenn der Gegner einfach Schwächen in der Bauernstruktur hat, dann ist jeder Tausch oftmals hilfreich, weil das Endspiel vorteilhaft ist. Und jetzt schauen wir uns natürlich noch an, wann sollten wir den Tausch vermeiden? Beziehungsweise nicht tauschen sollte man eine entwickelte Figur von uns selber gegen eine unentwickelte des Gegners. Das ist klar. Auch hier gibt es natürlich immer Ausnahmen, ist ja klar. Aber so als allgemeine Grundregel erstmal. Eine aktive Figur von uns gegen eine passive des Gegners. Das macht auch wenig Sinn. Eine Figur mit Defensivaufgaben. Ganz wichtig, sollten wir auf keinen Fall tauschen. Wir sollten die Damen nicht tauschen, wenn wir angreifen wollen. Und wir sollten Figuren allgemein nicht tauschen bei Raumvorteil. Auch diese Problematik kennen wir sicherlich schon zu Genüge. Okay, da landen wir wieder bei unserer Stellung. Und jetzt sehen wir zumindest mal, was ist unsere starke, oder eine unserer stärksten Figuren, ist dieser Springer auf D4. Der steht natürlich hier Bombe im Zentrum, kann nicht von irgendwelchen Bauern vertrieben werden. Und deswegen sollten wir den auf gar keinen Fall jetzt zum Beispiel gegen den Läufer tauschen. Unser Springer hier ist eine richtig starke Figur. Ja, und der Läufer auf E6, der könnte zumindest mal nicht so stark werden. Noch hat schwarzes Läuferpaar, ja, aber wenn der schwarze Felder, äh, felderige Läufer vielleicht mal weg ist, bleibt dieser Läufer hier stehen und, ja, steht hinter diesem Bauern und das könnte, ähm, ja, könnte dieser Läufer einfach schlecht sein oder schlecht werden, in Anführungsstrichen. Außerdem, Defensivaufgaben. Dieser Springer hier, das werden wir gleich noch sehen, hat ja auch zumindest noch den Vorteil, defensiv gedacht, dass wir das Feld C2 abdecken. Das heißt, äh, wenn wir, wenn wir einen Turm vielleicht mal wegziehen wollen, dass der genische Turm nicht auf der zweiten Reihe auftauchen kann. Also defensiv auch, also der Springer hier ist Bombe. Aber was sollen wir denn jetzt tauschen? Und dann, ja, kommen wir schon, ich hab's gerade schon ein bisschen angeteasert, ja, wenn dieser Läufer alleine auf dem Brett bleibt, dann haben wir natürlich wieder diesen Vorteil, guter Springer gegen vielleicht nicht so guten Läufer. Und dann erklärt sich auch hoffentlich jetzt automatisch der Plan, dass wir mit Läufer G5 versuchen, diesen schwarzfältigen Läufer zu tauschen. Und das hat, äh, Suotin auch gemacht. Und, ja, schwarz hat hier tatsächlich, ähm, diesen, diesen Läufer getauscht. Okay, damit ist ja uns etwas entgegengekommen. Wir schauen mal, was, was für Varianten oder Alternativen hätte schwarz denn hier. Und er hätte die Alternative, diesen Läufer wegzuziehen. Zum Beispiel unseren super starken Springer hier mal anzugreifen. Und wahrscheinlich hat er es nicht gemacht, naja, ich tippe mal, er hat so eine Variante gesehen, die, ähm, die ihm nicht gefiel. Also grundsätzlich, der Springer ist angegriffen. Wenn wir den jetzt wieder decken, ja, oder den Springer wegziehen, aus unserer schönen, dominanten Position hier im Zentrum, das wollen wir ja auch nicht. Aber wir haben hier mit weiß den schönen Zug, Läufer F6, und dass dieser Läufer hier auf F6 auf einmal, ja, mit Mattangriffen und so weiter hier stehen kann, das habe ich auch schon mal am eigenen Leib erfahren in einer Partie, ja. Ich verlinke die nochmal. Wenn, äh, schwarz jetzt hier zum Beispiel einfach schlagen würde, dann käme Dame G5 und dann hätten wir hier den Mattangriff auf den schwarzen Feldern. Und da gucken wir ganz sparsam mit schwarz, das ist nämlich matt. Und ja, deswegen kann ich den nicht schlagen, aber was ist mit dem Schlagen auf F6? Dann opfere ich die Qualität. Und jetzt, warum? Weil dieser Läufer hier die schwarzen Felder natürlich verteidigt. Ja, vielleicht kann der Läufer mal zurückkommen, hier über die schwarzen Felder irgendwas verteidigen. Der wird entfernt. Und nach dem Schlagen kommt die Dame hier oben her, und jetzt droht einfach E schlägt F6 und mit diesem Sargnagel droht Matt. Und wenn Schwarz den einfach schlägt, ja, dann haben wir hier mindestens mal mit Schwarz, mit Weiß das Dauerschach. Und, äh, Vielleicht wollte Schwarz das nicht. Vielleicht wollte Schwarz auf Gewinn spielen, man weiß es nicht. Also Läufer C5, ähm, wäre, wäre gegangen. In unserer Partie kam der Schwarze uns etwas entgegen. Okay, aber das gehört ja zum Leben dazu. Wir schlagen und jetzt sehen wir, ah, jetzt haben wir guter Springer gegen schlecht. Naja, schlecht noch nicht, aber der könnte potenziell schlecht werden. Und vor allem unser Springer hier, ja, hat auch Defensivaufgaben. Schwarz macht Luftloch, okay. Wir ziehen die Dame weg. Eintausch und zack. So, und hier sind wir wieder an unserer Stelle. Ähm, Schwarz möchte tauschen, die, die Türme tauschen. Bleibt die Frage, wollen wir das? Und, wenn wir die Türme tauschen würden, ich mach mal eine Variante, ja, wenn wir die tauschen würden, dann fehlt dieser, also erstens, jetzt muss ich mit, mit beiden Figuren, sowohl mit dem Springer, als auch mit der Dame, diese beiden Einbruchsfelder im Auge haben. Das heißt, ich bin so ein bisschen mit, mit passiven Aufgaben, mit defensiven Aufgaben beschäftigt. Und wo, und wie soll ich jetzt hier überhaupt noch mit Weiß irgendwie einen Fortschritt erzielen? Und, äh, deswegen, gehen wir wieder in unsere gespielte Partie, hat Weiß sich überlegt, weil, unser Turm ist viel, viel aktiver als der des Gegners. Wir brauchen den Turm auch noch, um angreifen zu können. Und jetzt haben wir, jetzt sehen wir, unser Springer deckt die zweite Reihe ab. Der Turm deckt die erste Reihe ab. Der Turm wird aber auch noch hier potenziell auf der F-Linie. Und den können wir ja vielleicht auch mal über die dritte Reihe hier in irgendeine Form Richtung Angriff schieben. Natürlich brauchen wir dann erst ein Luftloch und so weiter. Aber wir müssen einen Turm am Brett halten. Und diesen Tausch zu vermeiden, das hat auch hier wieder Weiß wunderbar erkannt. Denn dieser Turm hier auf C8, ja, der hat eine Linie. Das ist absolut. Und wenn man nur so schematisch denkt, denkt man, oh, jetzt muss schwarz gut stehen. Aber, alle Einbruchsfelder, selbst dieser Doppelbauer, also diese Isolani, diese rückständige Bauer hier, hat ja auch noch Felder. Das heißt, der Turm hat gar nicht so viele Felder, wo er irgendwie hin kann. Der ist also passiv. Okay. Das heißt, wir haben erfolgreich eine gute Figur des Gegners getauscht gegen eine nicht so gute von uns. Haben ein vorteilhaftes Endspiel. Wir haben eine gute Figur über und wir haben noch Potenzial für Initiative. Jetzt wollen wir mal schauen, wie die Partie so ein bisschen weiter ging. Wir können jetzt hier nicht jeden Zug auf die Goldwaage legen, aber dadurch, dass wir den richtigen Tausch gemacht haben, können wir, oder in dem Fall Suetin, noch einen schönen Plan ausdenken. Nämlich, dass er hier versucht, mit den Bauern irgendwie vorzurücken, vielleicht einen Angriff zu kreieren oder Bauern schwächend zu kreieren. Unser eigener König würde dann zwar offen gehen, aber, weil er auch keine schwarzen Figuren hier irgendwie rankommen können auf der C-Linie und ja, nirgendwo, ist das ein halbwegs akzeptables Risiko. Und wir schauen mal, wie Suetin das hingekriegt hat. Er fängt mit H3 an. Erstmal den König ran. Jetzt der Bauer und sieht ein bisschen wild aus, den eigenen König zu entblößen, aber wie gesagt, auf der zweiten Reihe passiert nichts. Ja, und deswegen, die Dame deckt den, der Springer deckt das. Das deckt sich alles wunderbar gegenseitig. Das ist gut. Schwarz hat nicht viel zu tun. Wir kommen mit unserem König und wir drohen jetzt zum Beispiel H4 und dann vielleicht G5 hier eine Schwäche kreieren oder vielleicht G5, G6, diesen E6-Entwurzeln und so weiter und so fort. Da stehen uns sicherlich noch ein paar Ideen offen und deswegen denkt sich Schwarz, Dame G5, Damentausch. So, und jetzt müssen wir bitte überlegen, Damentausch, wann ist der nützlich für uns und wann wollen wir den nicht machen? Und nützlich, also grundsätzlich Damentausch, wenn wir einen Angriff starten wollen, wollen wir die Dame nicht tauschen. Das haben wir kennengelernt. Und bleibt die Frage, haben wir denn wirklich einen Angriff? Oder wenn wir dem Damentausch aus dem Weg gehen, ist der nicht unser eigener König, vielleicht mit Damen auf dem Brett, doch ein bisschen gefährdet? Das Schwarze hier mit H5, hier irgendwelche Anknabberungsideen macht, in welcher Form auch immer, Linien öffnet gegen unseren König. Und hier ist die Antwort, der Tausch ist für Weiß, günstig und vorteilhaft, weil wir wollen gar nicht auf Angriff spielen, aber im Gegenteil. Ohne Damen kann unser König hier schön im Zentrum hier rumstehen und rumwuseln und überlegen, wo er sich hinstellen will, aktiv mitspielen, während der Schwarze König noch ein bisschen passiv ist. Und genau deswegen lässt Weiß diesen Tausch zu, weil er einfach für Weiß etwas besser ist. Jetzt sehen wir, wir haben die bessere Leichtfigur, zumindest die aktivere Leichtfigur, wir haben den aktiveren König und wir haben den aktiveren Turm. Also so langsam verstärken wir unsere Stellung. Und wir können auch sagen, auch die Engine sagt jetzt, haben wir schon einen kleinen Vorteil. Noch nichts Entscheidendes, aber es geht in die richtige Richtung. Schwarz versucht den König ranzuholen, und wir spielen G5, weiteren Raumvorteil kreieren. Okay. Und der Schwarze König geht in die Mitte. So, und jetzt schauen wir mal. Wir haben jetzt hier noch eine zweite, eine offene Linie kreiert. Die hat Weiß mit seinem Turm auch besetzt. Aber er hätte hier noch einen etwas stärkeren Zug gehabt. Wir schauen uns mal eine Variante an. Nämlich, ah, so ein Zug wie G5, G6, das ist schon immer strukturell. Und damit sind wir wieder bei der Bauernstruktur. Der ist schon trickreich, denn, ja, was auch immer hier passiert, ja, wenn die beiden Bauern sich tauschen, ähm, bleibt dieser G7 vielleicht als Schwäche über. Vor allem wird auch dieser E6-Läufer so ein bisschen entwurzelt, weil die Verteidigung ja entfernt wird. Und, zum Beispiel auf den hier, Turm G1, greifen wir den an, und dann haben wir hier schon Doppelangriffe, ja, und so weiter. Ihr seht, das kann so schnell gehen. Läufer F7, und jetzt, Achtung, E6, Rufzug. Weil du kannst den nicht schlagen, wegen dieser Fesslung. Und ich kann ja nicht Turm G6 spielen. Das ist klar. Das heißt, jetzt muss der Läufer zurück, und unser König steht noch aktiver. Wir haben uns ein Feld freigekämpft, ja, durch dieses E5, E6. Und jetzt vergleicht mal unser König deutlich, deutlich aktiver als der des Gegners. Unsere Figur deutlich, deutlich besser, ja. Der Läufer E8 ist ja der Inbegriff von, von, äh, was weiß ich nicht, rumstehende, passiver Läufer, Großbauer, wie auch immer man den nennen möchte. Unser Turm ist aktiv. Der steht hier auf der G-Linie. Er könnte auf die H-Linie schwenken, versuchen, irgendwie ins Lager einzudringen und irgendwas zu drohen. Während der Turm, hm, nicht so viel macht. Also diese Stellung ist hier bereits, obwohl wir jetzt einen Bauern weniger haben, unfassbar stark und vorteilhaft für Weiß. Wegen dieser Aktivität. Und damit sehen wir wieder unsere Bewertungskriterien, ja, Königssicherheit. Beide Könige stehen jetzt hier nicht, nicht auf matt. Aber, dann kommt eben die Aktivität der Figuren. Und da zählt auch der König, gerade im Endspiel zu. Und unsere Figuren sind so viel aktiver, ihr könnt ja mal einschätzen und raten, wie viel Weiß hier besser stehen könnte. Okay, ähm, gehen wir zu unserer Partie zurück. Hier hat Weiß diese Gelegenheit verpasst und hat Turm H1 gespielt, was ja auch nicht schlecht ist, auf die H-Linie zu gehen. Wie uns sagt, ein bisschen mit dem Königsspielen, ja, wir können ein paar Testballons starten. Ähm, Turm H7 greift diesen Bauern an. Ganz wichtig, jetzt noch wieder ein kleiner Merksatz, nämlich, wir versuchen, so viele Bauern, wie es irgendwie möglich ist, auf die Farbe des Läufers zu stellen. Sprich, Schwarz hat hier einen weiß-fältigen Läufer. Ja, diese Bauern stehen schon auf weiß. Und je mehr Bauern auf weiß stehen, desto besser für uns, weil dieser Läufer einfach immer mal passiver wird. Die Bauern, da kann der Läufer, kann jetzt im Zweifelsfalle maximal noch decken, aber nie, dass, dass sie sich irgendwie ergänzen und harmonieren, um im Sinne von irgendwas Aktives zu machen. Und ja, außerdem ist so ein Zug wie G7, G6, ja, könnt ihr auch mal wieder Bauern schwächen, Felder schwächen, ja, irgendwas hinterlassen. Deswegen, diese Bauernzüge, das sind die raffinierten Feinheiten, die, die machen mir immer Spaß. Okay, jetzt haben wir die Schwäche erzwungen. Leider geht E5, E6 nicht, weil der Läufer draufsteht. Oh, dann gehen wir halt zurück. Kein Problem. Was könnte hier eine Route sein? Der Runde über F1, jetzt nach F6, weil wir dieses Feld freigekämpft haben. Dann könnte jetzt nach D6 gehen, ja, und auf einmal ist schon hier vielleicht der D5 in Gefahr, zumindest. Wenn der Läufer nach E6 geht, könnte der Turm vielleicht hier weiter nach B6, ja, und, also ihr seht, die unterschiedliche Aktivität, ist hier schon, schon ziemlich groß. Schwarzfahrzeugläufer G4, wir spielen erst ein bisschen hin und her, ein bisschen Zeit von der Uhr zu kriegen auch, ja, um weniger Züge bis zur Zeitkontrolle machen zu müssen. Und, jetzt kommt ein weiterer schöner Plan, nämlich, dass wir hier Raumvorteil am Darmflügel kreieren, und den Bauern noch vorziehen, und jetzt noch auf, auf ein schwarzes Feld, wo er nicht angreifbar ist, und damit sind die weißen Bauern, also von schwarz die weiß fältigen Bauern festgenagelt, und damit, ja, zu schwächen, und damit ist dieser Läufer endgültig zur kompletten Passivität verurteilt. Er kann diesen Bauern auf A5 angreifen, ja, den decken wir, im Zweifelsfall auch mit B4. So, jetzt durch dieses B4 hat er ein Feld, wo er vielleicht rein konnte, okay, aber, ist das entscheidend, ist, ein Feld alleine macht noch keinen Sommer, er kommt ja auch nicht nach B3, weil unser Springer Defensivaufgaben hat, deswegen, wunderbar, und jetzt schauen wir mal, wie schwarz versucht, hier irgendwie ein Gegenspiel zu kreieren, aber dadurch auch eben entsprechend die achte Reihe selber offen lässt, dass das wir hier eindringen können. Schwarz versucht mit allen Mitteln, die achte Reihe geschlossen zu halten. So, und hier haben wir einen so frappierenden Unterschied, ja, wir könnten mit weiß jetzt zum Beispiel jederzeit König D2 spielen, und versuchen hier diesen Turm zu vertreiben. ja, wenn er zurückgeht, dann haben wir alle Einbruchsfelder auf ewig quasi, dann blieben nur noch diese beiden Felder. Wenn er aktiv bleiben will, müsste er hier hin, und dann versuchen hier, ja, könnte man probieren, aber es gibt hier noch eine viel, viel, ups, jetzt hätte ich mit Variante machen müssen, ne? Okay, nicht schlimm. Es gibt hier eine viel, viel bessere und aktivere Möglichkeit für weiß. Richtig, E5, E6. Auch hier wird wieder die Bauernstruktur zerstört, und dadurch entstehen, ja, wieder, wieder Linien zum Beispiel, oder Möglichkeiten für unseren König zum Aktivieren, oder auch das Feld, vielleicht, vielleicht sogar für den Springer, je nachdem, ne? Schwarz schlägt den, jetzt gibt ein Schach, und dadurch ist die 7,3 aufgeworben, durch diese Schlagen, ne? Und, dadurch ist der B7 weg. Ja, wir können jetzt noch mal eben ganz kurz gucken, wenn eine andere Variante gespielt worden wäre, ähm, Moment, nachdem, wenn, wenn der, genau, wenn jetzt hier, Variante, wenn der Läufer dazwischen gegangen wäre, um die 7. Reihe zu schützen, dann würde einfach Springer F3 kommen, ne? Und dann haben wir, das Feld E5 für den Springer, das Feld D4 für den König, dann ist der hier gefesselt angegriffen, die B, ja, also hier geht ja alles, ne? Und, völlige Aktivität und völlige Vernichtung des, des, des Schwarzen quasi. Das geht auch überhaupt gar nicht. Und ja, deswegen muss er wohl oder übel, diesen Bauen abgeben. Der einzige Vorteil, und das ist tatsächlich, die, ja, vielleicht die schwierigste Phase in dieser Partie, jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, oh mein Gott, jetzt kann der Schwarze hier seine Bauern in Wallung bringen. Ja, kann er auch, macht er auch, keine Frage, aber, um das jetzt eben einzuschätzen, dass die Aktivität unserer Figuren, gerade des Turms zum Beispiel, und in Verbindung mit den ganzen schwachen Bauern, völlig ausreichend ist, um hier einen riesen Vorteil nachzuweisen. Wir geben ein Schach, drängen den König zurück, ja, dann kommt der Springer erstmal mit Schach rein, und dann steht der Springer auf C5, genauso gut. Ich decke den D3, ich blockiere den Rückzug des Turmes, ich greife den A6 an, ja, fantastisch. Läufer B5 deckt den A6, versucht hier was zu machen, aber Turm G6, und dann sehen wir, oh, erstens ist dieser Bauer weg, weil wir den vorgeloggt haben, und jetzt wo er weg ist, haben wir hier direkt einen Fallbauer. und E4 versucht diese Fesslung hier auszunutzen, okay, ein Schach, und ja, gut, der Bauer ist weg, ist klar, aber wir wissen, die Qualität der Bauern ist immer viel wichtiger als die Quantität der Bauern, und deswegen vorwärts. Läufer D3, ja, und vorwärts. Hier müssen wir nochmal einmal ganz kurz aufpassen, und manchmal kommt man ja auf die Idee, komm, den auch noch tauschen, aber dadurch aktivieren wir den Turm wieder. Der Turm droht auf G3 hinter den Bauern zu kommen, zum Beispiel, entweder so, oder jetzt nach G1. Erstens hat Schwarz hier auch zwei verbundene Bauern, und wir haben noch das Problem mit Weiß, dass G7 jetzt nicht geht, weil der König nach B7 kann, und damit diese Umgehung quasi hier verhindert. Ah, und jetzt müssen wir aufpassen, dass hier nicht irgendwie diese Bauern in Wallung kommen, und das ist einfach Ausgleich, das wäre schade drum. Und deswegen setzen wir, oder hat Sudhin in der Partie, auf die Qualität des Bauern gesetzt, G7. Er hat auch gesehen, dass dieser Läufer kein Abzugsschach hat. Das ist natürlich auch wichtig, in Umständen, klar. Läufer C4 Schach, König D4, Turm nach G3, geht hinter den Bauern, aber, und jetzt sehen wir, hier steht der König noch hier auf C7. Und ich habe es gerade angeteasert, diesen alten Indianertrick von Weiß, mit Turm G8. Ich drohe diese Umwandlung, G7, G8, und, wenn Schwarz diesem Turmschlügel käme, Turm A7, und Turm schlecht G7, mit Gewinn von Weiß. Und deswegen hat Schwarz hier aufgeben. Noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema Wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an, oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen, und bis zum nächsten Mal.